Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein bisschen Raft und genau, heute finden wir bei Boa Island. Ist nicht ganz so super, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, aber das werdet ihr alles im Video sehen. Wir haben jetzt auch mittlerweile Motoren und ja genau, die hatten wir jetzt dann, weiß nicht, wart ihr noch dabei? Aber ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt Motoren und genau, ich würde sagen, wir labern auch nicht mehr lange und spiel viel Spaß mit dem Video. Ich habe... Udo ist ausgefallen! Ich weiß. Ich habe mal ein bisschen Planken reingepackt, ne? Hast du noch Planken gehabt? Ja, ich habe elf. Ich kämpfe bei jeder Planke. Ich bin so, ja, ich habe noch elf. Ja, sorry, ja? Man, du kannst dich auch mal fragen. Du fragst mich ja nicht. Oh, da ist ein Dingsbums. Oh, du hast irgendwas... Oh, oh, oh. Leck, leck, leck. Ja, war halt ehrlich. Oh, ich habe einen Dingsbums. Ich habe noch mal Planken bekommen. Kannst du dir eine Schmelze noch mit Planken? Oh, danke schön. Ja, ich pack einfach überall jetzt erstmal. Äh, ich... Diese... Diese Schmelze hier baue ich mal ab und stelle dazu. Das... Oh, nein, nein, nein. Auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall feiern. Denn... Oh, wir sind da. Inni! 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 Wir sind da? Inni! Inni! Was denn? Hör auf, so zu schreien! Bitte. Wo sind wir denn da? Wo siehst du das? Ja, das ist doch da. Guck mal! Guck mal! Wir haben sie auch nicht mehr alle, oder? Nö. Aber es ist doch okay. Wir sind halt besonders. Äh, leere dich bitte. Entleere dich bitte. Ja, ja, gleich. Komm, komm, komm. Das dauert noch ein bisschen. Okay, ich würde noch ein bisschen hier auffüllen. Hier, zack. Die andere, das andere baue ich noch. Ah, wohl. Ey, Bio-Kraft, das bringt so viel, ne? Ja, aber wir hatten nur eine dieser Flaschen. Aber das bringt halt viel. Ja. Es ist der Erfolg unseres Lebens. Oh, du hast doch was offen. Was aber... Ich fahre noch ein bisschen näher dran. Übrigens alle drei Schmelzen laufen, ne? Ich bin da irgendwie gerade hinterher, dass wir das machen. Diese Schmelzen, so ein Quatsch. Hier ist auch noch voll viel. Komm man hier hoch? Wenn du mich nicht... Weiß ich nicht. Das sieht nicht so aus, aber wir können es ausprobieren. Motoren aus! Motoren aus! Anker! Sei nicht so hysterisch. So, ich bin halt einfach froh, ich bin einfach froh, weißt du? Ich weiß, dass du froh bist. Ich kann das voll nachfühlen, ich bin auch voll froh. Ihr bräuchte auf jeden Fall eine Schaufel für Schmutz und so. Oh, hab ich alles da. Ich weiß, was du meinst. Äh, ich glaub, warte mal, wie viel kostet du eine Kiste? Was? Eine Kiste, ob du das machst. Ja, könnte ich theoretisch machen. Haben wir doch irgendwo eine Scheißachse? Ja, ich hab nur eine. Dann, du hast eine. Ja. Oder hast du noch eine? Ne, ich hab nur eine, also Metallachse. Aber du könntest doch mal eine Steinachse machen, weißt du? Ah ja, wir haben noch Steine. Alles gut, ich hätte auch noch Steine im Winter. Da hinten! Nein! Wat'n Dulli! Warte, abgebissen? Ja. Oh Mann. Wat'n Fiesling. Wat'n Fiesling! Wat'n Fiesling! Warte mal, für ne Box, was bräuchte man da? Äh, ich bräuchte Schrott und ein Scharni haben wir alles. Hast du noch zwei, zwei Planken zufällig? Kann ich mir den Schnachs machen? Ja, ja, ich hab, sei 16. Dann gib mir mal bitte zwei. Die große Lagerbox? Ja. Ja, ich würde die hier zwischendurch packen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Obwohl... Jetzt bräuchte ich sechs Planken. Ich stelle sie so. Ja, kriegst du alle. Obwohl, ne, jetzt hab ich, glaube ich, keine mehr. Du, einfach mal. Egal. Dann baust du erst mal was ab und dann können wir ja gucken. Ne, warte mal, hab ich noch welche? Ja, ich hab noch fünf. Wow, wow. Und die vierte, nehm ich. Ja, alles gut. Ich nehm, gib dir doch auch gar keinen Vorwurf. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche, also Speer brauche ich, obwohl Speer braucht man, aber keinen Haken brauche ich erst mal. Das nicht. Nur Metallbarren. Und, äh, ich brauche dann auf jeden Fall Planken, weil dann kann ich mir nur eine Axt machen. Ja, ja, kriegst du, kriegst du von mir. Kriegst du. Ich hab Hunger! Du hast auch. Es müsste was auf dem Grill liegen. Ja, nimm du das mal. Ich hab irgendwo noch, äh, Melonos gesehen. Ein paar Nägel. Haben wir noch unsere Nägel? Ja, äh, in irgendeiner Natur hatten wir noch Nägel. Und hier sind wir noch Nägel drin. Zwei Stück. Ja, gib mal bitte. Da, bitte schon. Nein, ich hab die Nägel genommen und hab die Wasserflasche reingepackt. Oh. Ja, bitte schön. Jetzt. Wo? Da, hier drin. Hier drin. Wo? Da! Da hab ich sie reingepackt. Ah, zwei Nägel. Ich brauch trotzdem Planken. Haben wir noch Planken? Ich brauche Planken. Ich hab vier. Ich weiß, ob wir da so hochkommen, aber wahrscheinlich schon irgendwie, ne? Irgendwie kriegen wir das hin. Oh, was ist das denn hier alles für Schmutz, ey? Kann man das... Oh, kann wir das eigentlich wegnehmen, also? Wo gehst du hoch, einfach rum? Ich wollte hier kurz gucken hinter dir. Aber du kannst... Du kommst doch nicht hier rein gucken. Was man hier... Ach so wegen, na... Ne, was man hier... Leck. Oh, was ist das hier? Ich glaube, es ist ne... Ah, ja, guck mal, hier kann man direkt durch. Man muss einfach unten drunter durchtauchen. Wow. Oh, wie cool. Kommt hier hin? Guck mal, hier ist warning in warning chill. Wir sind von der anderen Seite, wir sind halt auch auf der ganz falschen Seite, naja, egal. Was ist das? Das sind Bären! Ich hab Wildbären gefunden! Wo sind die hin, die Wildbären? Ach, wahrscheinlich ins Buch, oder? Bienen? Boah, Bienen! Ich hab übrigens gar keinen Sperr mitgenommen, ne? War das dumm? Ich hab wohl nicht! Ein Bär! Hier ist ein Schild! Hilfe! 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 Hast du ne Sperr dabei? Ja. Ich weiß nicht, wo wir sind, Alvaro, ne? Wir können uns ja auch heftig verlaufen, ne? Guck mal hier, guck mal hier! Wo denn? Ich bin links gegangen. Gott, ah! Hilfe! Hilfe! Ich werd' grad richtig auseinandergenommen von diesen Bären. Richtig auseinandergenommen. Ja, wo bist du denn? Ich weiß nicht, wo ich bin! Ich laufe irgendwo lang, hier ist so ein Schild unten, wo man so hin kann. So, wie die Rolling Station 7, äh, 6, äh, Ranger Station... Willi Station, Willi Station 2, und Willi... Ich glaub, er wird immer so hin. Ich mach dich hier ganz alleine fertig, ja? Das musst du dir mal angucken, hier. Guck dir das Video später an. Ich mach' ich auf jeden Fall. Ich lauf' weg. Guck mir alle Videos an, die wir zusammendrehen. Ja? Immer. Komm mal bitte. Ich hab' eine Säge! Oh! Hier sind Bären! Warum sind hier Bären? Komm mal her, bitte! Ich hab' Angst vor Bären! Ich brauch' Hilfe! Kann der hier hoch? Der Bär kann ja nicht hoch sein, dumm. Ich weiß nicht, wo du bist, Alvaro! Ich bin aber ganz an der Seite! Glaube ich. Ja, schön. Schön für dich, Alvaro. Komm mal wieder in Richtung Kraft. Ich bin jetzt hier bei... Wo bist denn du? Ich hab' jetzt hier so ein 4er-Schild. Rail Station, Rail Station 6. Ja, geh' mal zu 6, geh' mal zu 6. Folg' mal der Schild. Nein, komm mal mal zu mir, da ist Honig! Ja, wo, wo bist du denn? Ja, ich bin halt bei dem Schild. Bei welchem Schild? Es gibt ein paar mehrere Schilden. Ja, bei diesem Rail Station. Aber was wir direkt am Anfang gefunden haben. Ah, ich sehe dich! Hey! Hier! Komm mal her, bitte! Komm mal her, das ist ein fetter Bär. Wir freuen, dass wir uns wiedersehen. Wie so Kleinkinder. Hier! Hier! So, komm mal her, komm mal her, los! Warte, warte, aber ich bin nicht so schnell! So, hier! Komm mal hier! Wo bist du denn? Jetzt ist noch ein Bär, nee, da will ich jetzt nicht hin. Hör auf zu klingeln! Ich klingelde nicht. Das bringt mir nichts. Doch, du klingelst. Ja, wo bist du denn? Warte, 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 warte! Bis er kurz da sagt. Wo bist du denn? Irgendjemand klingelt hier die ganze Zeit, das ist gruselig. Das ist ein Fahrrad. Das ist ein Bär, da! Wir haben uns doch gefunden. Wo bist du? Ach, da, ja, jetzt komm doch mal mit dir. Jetzt komm, komm, komm. Hast du ein Speer? Ja, danke dafür. Und du, du, du musst nicht so schnell, weil ich kann nicht so schnell. Der ist halt voll überaktiv. Was, der Bär? Ja. Das ist ein Bär, das ist ein Bär, das ist ein Bär, das ist ein Bär, das ist ein Bär. Neben mir. Du musst dich einfach nur irgendwo drauf stellen, dann, dann juckt ihn das eigentlich nicht. Aber du musst halt, wir schaffen dich irgendwo drauf zu stellen. Also nicht, nicht, du musst ein bisschen höher stellen. Oh. Ein bisschen höher stellen musste ich schon. Ich hab einfach nur ein HP noch. Oh, wir haben ausgewichen. Ja, wir tun. Die Honigwarben. Nice, Wann. Kann ich, kann ich die nehmen, die Honigwarben und essen? Nein, kannst du nicht. Warum fehlt dir denn ein Speer? Ja. Okay, ich bin auch gleich tot, lass mich jetzt von Bären töten. Ja, wir bräuchten halt Holz, ne, aber wir kriegen... Ja, aber Holz haben wir halt nicht. Warte mal. Ich hab nicht. Obwohl, warte mal, kann man... Okay, das war's mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine kleine Bewertung da, schaut doch beim nächsten Video wieder vorbei, lasst gerne ein kleines Abo da und ich würde sagen, macht gut, bis denn, tschüssi.